Ich bin Arne Zempel und ich habe einen Selbsthilfekurs gegen Depressionen entwickelt. Ich habe die Krankheit selbst durchleben müssen, bin auch mit den konventionellen Therapiemethoden kläglich gescheitert, bin immer wieder zurück in die Depressionen gerutscht und habe mich aber letztendlich selbst daraus gearbeitet. Ich habe am Anfang nicht gewusst warum, aber mittlerweile habe ich die Prinzipien dahinter verstanden und bringe jetzt genau diese Prinzipien anderen Leuten bei, weil ich finde, dass niemand mit seiner Depression leben muss.